Achtung, Achtung! Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt vier Uhr nach elf. Andere gehen am Vormittag in ein Wirtshaus und trinken drei oder vier Gläser Bier. Ich setze mich hier herein und betrachte den Tintoretto. Der eine nimmt gegen elf Uhr vormittags ein Vollbad, um über die Tageshürde zu kommen. Ich gehe ins Kunsthistorische Museum. Dass er einmal tatsächlich ohne seine Frau allein zu leben habe, war ihm nie zu Bewusstsein gekommen. Tatsächlich aber habe er von Kindheit an nichts mehr gehasst als die Museen und die Kunsthistorischen, ganz besonders und am allermeisten. Achtung, Achtung! Bitte, bitte verlassen Sie die Räumlichkeiten so, wie Sie sie anzutreffen wünschen. Bitte! Bis zum nächsten Mal.